Leute, heute gibt es ein neues Video von mir und tritt auch gerne mal im Club die Tierfreunde bei. Großes Tee. Und jetzt beschwöre ich ein paar Kisten. Also wir haben heute alles an Kisten. Wir haben die Kisten hier, die hier, die hier und die hier sogar. Und da können wir auch was Gutes rausziehen, aber ich gebe die einfach mal schnell durch. Mal gucken, ob wir Glück haben. Nächste Küste. Nächste. Und jetzt gibt's, jetzt kommt die nächste Box. Also bisher haben wir noch nicht so viel Glück. Aber das ist nur die schlechten Box. Guckt, am besten bis zum Ende und das ist eine positive Bewertung auf das Video. Bei 5 Likes gibt es ein nächstes Video von Los Centuria. Und, äh, vergesst auch nicht zu abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Also, sieht schon mal, ich hab schon sehr viele geöffnet. Aber es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass ich hier in den deren rausziehe. Aber es ist in den nächsten Boxen, auf jeden Fall in der letzten, werden wir wahrscheinlich einziehen. Gut, jetzt haben wir nicht mehr viele von denen. Gut, gleich. Auch nur so selten. Nichts Letzte. Nein, nur selten. Barakmus ist gut. Gut, jetzt kommt das Buch hier. Mal beschwöre ich erstmal 10, direkt. Ich öffne einfach mal alle. Nice. Okay. Ich beschwöre nochmal. 10. Nochmal alle öffnen. 10. Okay. 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 Herr James, hab ich jetzt nicht. Das heißt, Bücher hab ich auch nicht mehr. Aber jetzt kommt noch ein Feuerbuch. Das heißt, hier werde ich nur einen von Typ Feuer ziehen drin. Okay. Und, ah ja, okay. Das hat nichts gebracht. Und jetzt kommt das eigentlich nur das Highlight. Das sieht aber sehr nach episch aus. Ach, schade, episch. Mal gucken, wer ist das? Ach so. Also, okay. Mal gucken mal, das Buch ist richtig selten. Und wir haben Events. Vielleicht, äh, können wir vielleicht noch was öffnen? Oh, nochmal. Wir können nochmal 5 Bücher öffnen. Und ich wollte euch gerade mal zeigen, das Buch kriegt man eigentlich erst, warte kurz, das Buch kriegt man eigentlich erst hier bei 4000. Ich beschwöre extra jetzt nochmal die hier. Also nochmal 5. Episch. Das heißt. Das wird wahrscheinlich nochmal normal sein. Ah, ne. Selten. Gut. Selten, ich kriege mir noch eine Karte da unten, wie ihr seht. Also, so. Oh, nice. Was ist es? Von Gerti? Ah, für den. Aber ich brauche die eigentlich nicht. Nice. Bernhard. Kann ich den jetzt abholen? Ne, nicht. Ich brauche erst bei 60. Aber hier finden wir auch noch welche und ja. Gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bei 5 Likes mache ich einen zweiten Part. Und auch Centuria. Tschüss. 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 Vielen Dank.